Der Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg sprach in mehreren Fällen von Klimaschutzklagen Urteile aus. Das Gericht entschied über eine Klage einer Gruppe Seniorinnen, die die Schweiz wegen mangelndem Klimaschutzes im eigenen Land verklagten. Das Ergebnis, die fehlenden Maßnahmen verletzen die Menschenrechte. Die Schweiz muss nun schärfere Vorschläge vorlegen. Das Urteil könnte also ein Präzedenzfall für weitere Klimaklagen sein. Ein Antrag von sechs portugiesischen Jugendlichen, die 31 europäische Staaten, darunter auch Deutschland, wegen fehlender Klimaschutzpolitik verklagt haben, wurde hingegen abgelehnt. Noch mehr News, die gibt es bei unserem Nachrichtensenderwelt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017